... ... ... ... ... ... ... ... Wie war der letzte Ball? ... ... ... Vielen Dank. Auf geht's zur neuen Taktisch. Ich zieh das an. 1, 0. 0, 2. 1, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. 3, 0. Aber es ist alles verdient, weil ich so anfängerhaft spiele. 0, 1 1, 0. 1, 0, 1, 0. 2, 0. 2, 0. 2, 0. 3, 0. 1, 0. Das ist zu gut, das ist zu gut, mir nicht. Drei, sechs, 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 vier. Achtung! Salaam Aleikum du! Jungs! Vielen Dank. Macht's gar nicht da. Macht's gar nicht da. Ja, unterirdisch absolut, unterirdisch. Kein Schopfball, kein Return, kein Top-Spun. Der Belag ist ständig nur feucht, absolut feucht. Die rote Vorderhandseite, die ist drei Wochen alt und greift nur noch etwa einmal. Der 30 Sekunden Großsatz. Und das alles aus der Märchenstelle. Das war lautstärke mich. Weil wer glaubt so etwas? Niemand.